Wie war es auf der IMUX 2015 bei deinem Vortrag? Der Vortrag war fantastisch, Martin, danke. Wir haben ganz viel Moin gezeigt, wir haben viel Feedback bekommen und alle haben jetzt gesehen, dass man mit Moodle auch echt andere MOOCs machen kann. Andere Oberflächen vor allem. Ja, andere Oberflächen, Videos, New Text, was ich immer sage. Ja, und was hast du zum MOOCup? Den habt ihr gelernt heute? Ja, das heißt wir. Wir haben das mit euch gemacht und wir freuen uns unglaublich darauf, dass der MOOCup heute gestartet ist. Was sagst du dazu, was mit dem MOOCup? Ja, wir brauchen noch eine Woche, aber wir werden nachziehen und das ist eine tolle Idee, glaube ich. Wir hoffen, dass wir jetzt noch mehr Lernen bekommen, freitseitig, und die MOOCs für alle Interesse zeigen und dass noch weiter dazukommen. Und was machen wir dann 2016? Hm, MOOC. Zuerst einmal die MOOCs 2016, die sind in Graz. Wir laden da alle recht herzlich ein, nach Graz im Februar zu kommen. Wir hoffen, dass es noch Schnee ist, damit die internationalen Gäste auch Schnee sehen können. Und ansonsten führen wir euch durch die Innenstadt und nebenbei machen wir eine tolle Konferenz. Ich hab gehört, es ist nicht so kalt, ihr peizt in Graz. Ja, ja. Manchmal. Dann freuen wir uns da drauf, ne? MOOCup ist hier gestartet und 2016 machen wir weiter damit, ne? Imux2016.eu Jedinos. Jestchen. Jestchen. Jestchen.